Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker und was habe ich mitgebracht, was halte ich in der Hand? Einen Revolver von Ruhr, den Super Red Hork im Kaliber .44 Magnum mit einem 7,5 Zoll auf, also ein bisschen länger, sieht man auch gleich. Ja, aber der vielen Worte genug, lassen wir uns einfach schießen. Bis gleich auf der Schießbahn. Auf! Auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017